Ich bin Denner Jan Kreyer, Mountainbiker und ich bin 2020 Junioren-Weltmeister geworden. Am Mountainbike liebe ich, dass ich in den Wald komme und einfach bei mir selbst bin und die Natur und den Radfahrt genießen kann. Ich würde sagen, ich bin schon ehrgeizig, aber ich kann auch faul sein. Ich denke, man muss auch mal ein bisschen, mal nicht immer sein Leben gut ernst nehmen, sondern einfach mal Spaß haben. Es gibt immer ein Risiko mit sich, aber es macht halt ultra Spaß an sein Limit zu kommen. Ich liebe es einfach Sport zu machen, um andere zu begeistern. Ich liebe es ein Vorbild zu sein für andere und deswegen denke ich, dass ich die beste Wahl sein kann. Stimmt jetzt für mich ab.